So, hallo zum letzten Part von Let's Battle und ihr zwei, geht Gas! Drei, zwei, eins, Let's go auf der Kettenhurenstrecke! Hm. Mal sehen, wie dieses Rennen gewinnen wird. Dieses Rennen lasse ich ihn nicht gewinnen. Gott, ich graue. Gott, komm, geh mir aus den verdammten Augen mit deinem Scheiß. Ja, ihr fetten Dinger! Ja, Trotten! Kettenhuren! Deine Zigarette brennt mir in den Augen! Ich kann nicht sehen! Meine Augen! Ach Gott, meine Augen! Oh, Kettenhuren! Ha? Verdammt! Was ist mit dem passiert? Deine Muttersnippel ist ja so ein bisschen... Verdammt du Scheiße! Ich zitt das aus, man, viel Pech hab ich dir. Ah, ein unverdeter Weg! Oh! Nein, ich hab's ja süß gemacht! Fuck! You! Alter! Alter! Oh! Das Scheiße! Oh! Oh! Das gibt's doch nicht schon zum dritten Mal! Verdammt! Achter Platz! Achter Platz! Achter Platz! Achter Platz! Mal wieder! Shut up! Rapplicat! Shut up! Rapplicat! Motherfucker! Fuck! 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 Fuck my way! Fass! Ich hab's nicht geklebt! Das ist wie ein Pferd! Schau mal, warum holen sie einen einen Publikum, die das geilste Auto haben? Warum? Was?! Wieso kann der mich drehen lassen, weil der mich nur von der Seite einlöse? Ach so! So spielt der also das Spiel, mit dem Spiel. es ist ein schwein oh nein! was sucht der da? nein, oh nein, diese Drecksköle, Alter, diese scheiß Kugel der soll gerade ausgehen, bei Mr. M. sein Bildschirm bieten und so, und Yoshi dreht die Wackflache kum Yoshi ist doch quer, weil der Bildschirm geschossen diese fucking dreckige schwarze Pacman Kugel, die die Near Street frisst, man jug OH NEIN Gehl weck jetzt man schugelöst Hahaha Ein Pedophiliouser DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDED 연 NSim, GEN templatischer Twitch Nein, stehen, stehen楼 fördern чистujen Nein, Publius Po, hast du gesehen Typekit flog, Alter Sie sind voll abgegangen, so Warum krieg ich mit Fehlpunkt gerade sowas? Ich hasse es. Ich hab nicht so viel Werbung. Ich arbeite da, ich brauch die Werbung. Du bist sehr egal. Warum geht das automatisch? Wir haben alle das gleiche Auto und sind schneller als ich. Das ist so unlogisch. Das ist Gewichtgeschwindigkeit. Genau, weil Donkey Kong natürlich auch so viel Geschwindigkeit hat mit seinem fetten Bauch. Du hast den armen Affen in Ruhe. Yoshi ist leicht. Oh mein Gott. Zehn Tonnen, Alter. Alter, wo sind die? Oh ja, was war ich mit den ganzen roten Bomben? 20 Schritte Bomben. Was? Ich bin dich als Frau. Ich bin die erste Woche. Ja, das war ein Traut natürlich. Du weißt. Siehste! Siehste! Geil! Das ist die Bombengröße wieder tot! Das sieht geil aus! Sieh hier! Besser! Oh Gott! Der war geil! Dritte Woche und gleich wer viel dazu wäre. Mein! Wie kann er nur... Nein Banane! Nein noch eine! Wer scheiß so wie Banane! Was? 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 Wieso drehe ich mich jetzt? Nein! Joshi ist erster! Nein! Seid wohl ausgeschrieben! Joshi ist erster! Jetzt kommt der Kettnode und frisst mich! Nein! Scheißlacker! Akaro, du schaffst es! Wenn ich erster werde, werde ich jetzt in der Toilette oder so Vergiss es! Nein! Ja, du bist so dumm! Also nicht dumm, aber du bist dumm Was? Das ist ein Lagerstuhl Du Peiner, du wartest doch jetzt! So ist die Maro ist gut! Wo? Ich weiß, dass er gut ist! Wo ist das Scheiß-Ziel? Ich will das Ziel, verdammt! Fuck, das ist so dumm! Ich könnte jetzt noch was Gescheites haben aus der Zeitbombe! Geh weg, Mann! Nein, Mann! Ich bin ganz der Scheißbombe! Hoppa, Karo! Ein Renn-Erster! Hauptsache, Frau Todt, aber Wir drehen auf! Wir drehen auf! Wir drehen auf! Wir halten fest zusammen! Jeder von uns muss sein Kämpfer sein! Wir drehen auf! Wir gehen auf! Wir halten fest zusammen! Und werden die Welt befreien! Die Welt befreien! Die Welt befreien! Nein! Fahr rein! Ja! Scheißbombe! 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 Hast du gesehen, wie die Ballade nicht vollkommen? Ja! Das war geil! Dann schauen wir uns mal an, wie das Endklasse-Mall letztendlich jetzt aussieht! Ah! Nein, Mann! Sehr geil! Ich erhalte 9 Punkte! Und wird letztendlich 4. und top 1. Ja! Das ist mir scheißegal, mein Win-Word beststellt! Das macht dann im Komplettzustand! Das scheint das auf Papier! Das scheint das auf Papier! Das scheint das auf Papier! Akaro, 4. Platz, also letzter mit 6 Punkten! Dritter ist in dem Fall Jackie X mit 9 Punkten! Zweiter bin ich, Sebi, mit 12 Punkten! Und da-da-da-da-da! Der Meister im Let's Battle Mario Kart 64 ist Mr. M mit knappen 15 Punkten, der jedes Turnier für sich entscheiden konnte! Ein Applaus in ihm! Der ist der Punkt für mich! So, und nun... In der Pokal! Nun ist dieses Let's Battle... Let's Battle! Ist dieses Let's Battle schon vorbei nach 10 Parts? Ja, schon! 10 Parts haben wir gebraucht, unglaublich! Und hier sehen wir nochmal den tollen Goldblut-Pokal beim letzten Rennen, das war einfach wunderbar! Und congratulations on Todd! Und nun, seht ihr noch den schönen Abspann dieses Spiels! Und in der Hinsicht möchten wir uns alle bedanken, dass ihr hier zugeschaut habt und schön kommentiert und zuschaut! Exclusive Producer Hiroshi Ramuchi! Genau! Ramuchi! Und in dem Fall sage ich Sebi, Dankeschön! Moobo Farm! Moobo Farm! Was heißt Moobo Farm? Also, wie gesagt, ich sage Sebi euch Dankeschön fürs Zuschauen, genauso wie... Mr. Ramp sagt auch vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich, dass noch mehr zu schöne Let's Bands bei Sebi kommt! Schenke ichs bedankt, Schenke ichs bedankt, Schenke ichs ab und alles ins Next Let's Battle! Nie für die WK. Wir langt auf und freut sich auf! Und in dem Fall lassen wir euch jetzt einfach mal in Ruhe mit dem schönen Ende noch und halten jetzt einfach mal die Klappe im Rest! Bis zum nächsten Let's Battle bei einem Kanal Let's Play mit Sebi! Ciao Leute! Machina attack! One power to help! Once and ever die Idee ein paar Musik 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 Musik